Simon und Johannes investieren beide in Aktien. Simon verwendet eToro, um in Aktien zu investieren, ohne Provision zu zahlen. Johannes muss seiner Bank jedes Mal eine Provision zahlen, wenn er eine Aktie kauft oder verkauft. Simon verwendet Copytrader, um die Portfolios von führenden Investoren in Echtzeit zu replizieren. Johannes bekommt Investitionstipps von seinem Cousin Helmut. Laserdisks. Simon kann die gewünschte Aktie mit der einfach zu bedienenden App von eToro sofort kaufen. Johannes kann auch auf seinem Smartphone traden. Ihr Anruf ist uns wichtig. Um mit einem Berater zu sprechen, bleiben Sie bitte in der Leitung. Warum hat also Johannes genauso viel Erfolg beim Investieren wie Simon? Hat er nicht. Denn Simon verwendet eToro und Johannes nicht. Haben Sie nicht zugehört? Investieren Sie nicht in Aktien wie ein Johannes. Investieren Sie wie ein Simon. Laden Sie eToro herunter und investieren Sie in Aktien, ohne Provision zu zahlen.